Ja, Souveränität kann ich auch sagen, einfach da ist. Ich fühle mich irgendwie besser geerdet und standfester, sich besser zu fühlen und konzentrierter zu arbeiten. Ein Löwenherz ist geboren! Dass sich auch diese Übungen in der Sexualität ganz gut integrieren lassen. Wenn ich keinen Sport mache, keine Zeit habe fürs Trainieren, reicht es schon. Und ein zweites Löwenherz ist geboren! Genau, die Routine mache ich jetzt jeden Morgen nach dem Aufwachen und so starte ich meinen Tag. Die Routine ist geboren! Die Routine ist geboren! Es gibt Geschenke auf mehreren Ebenen. Die Routine ist geboren! 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 Untertitelung des ZDF, 2020